Web Hosting und Domain einrichten in 5 einfachen Schritten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan und dieses Video hat ein Ziel. Und zwar, dass du Web Hosting und Domain hast. Hintergrund ist, du kennst es vielleicht, es gibt mittlerweile unzählig viele Web Hosting und Domain Anbieter, wo man dort eben Domains kaufen kann oder sein Hosting bestellen kann. Und auch ich selbst habe schon unglaublich viele Hosting Anbieter miteinander verglichen. Und das Problem dieser ganzen Web Hosting Anbieter ist ganz einfach, dass das zu Überforderungen führt. Zu Überforderungen, wenn man vielleicht einfach nur mit seinem Web Projekt starten möchte, seine Website endlich an den Start bringen möchte. Und es ist einfach zu viel, zu viele Informationen. Deswegen soll dieses Video jetzt hier kein Vergleich von unzähligen Web Hosting Anbietern sein, sondern ein ganz klarer 5 Schritte Fahrplan für dein Hosting und Domain. Also einfach mitmachen und ich rede hier nicht nur in dem Video, sondern ich kaufe halt wirklich auch das Web Hosting, was ich dir eben empfehle. Und ich kaufe auch eine Domain und ich manövriere dich einmal komplett durch die gesamte Einrichtung. In diesem Sinne würde ich sagen, los geht's. Zuerst möchte ich dir mit meiner 5-Punkte-Checkliste noch einen kleinen Überblick dazu geben, was wir machen und dann starten wir einmal komplett gemeinsam von Anfang bis ins Ziel durch. Punkt Nummer 1. Zuerst stellt sich die Frage, dein echter Name für die Domain, für die URL oder einen Markennamen, also Variante 1 oder Variante 2. Variante 1 Domain mit einem echten Namen, also Vor- und Nachname wie bei mir, Stefan Wirt, hat einige Vorteile, aber auch einige Nachteile. Und auch wenn du jetzt vielleicht schon im Hinterkopf den Namen deiner Domain hast, die du unbedingt haben möchtest, möchte ich dich doch bitten, hier einmal kurz gedanklich auch bei mir zu bleiben. Denn genau dieser Punkt ist tatsächlich sehr wichtig und wird gegebenenfalls über Erfolg oder Misserfolg von deinem Webprojekt entscheiden. Und ich wünsche dir natürlich den allergrößten Erfolg. Also Vorteile von der Verwendung von deinem Namen ist die persönliche Markenbildung. Bedeutet, wenn du als Einzelperson in deinem Fachgebiet bekannt sein möchtest, kann eine Domain mit deinem eigenen Namen sehr effektiv sein. Sie fördert deine persönliche Markenbildung und Präsenz, besonders wenn du in dem Bereich wie eben Coaching, Beratung, Autorität etc. tätig bist. Dann Vorteil Nummer 2. Eine Domain mit deinem echten Namen vermittelt Transparenz und Glaubwürdigkeit. Das zeigt, dass du hinter deiner Arbeit stehst und bereit bist, eben mit deinem Namen dafür gerade zu stehen. Aber die Verwendung von deinem Namen hat natürlich auch Nachteile. Zum einen Schwierigkeiten bei der Skalierung. Bedeutet, wenn du planst, dein Unternehmen zu erweitern oder in Zukunft vielleicht zu verkaufen, könnte ein Domain-Namen mit deinem echten Namen potenzielle Käufer natürlich abschrecken oder dann eben eine Skalierung, wenn du dann einer Unternehmensgruppe beitrittst, erschweren. Privatsphäre, ganz klar, die Verwendung von deinem echten Namen kann deine Privatsphäre beeinträchtigen. Du könntest unerwünschte Kontakte oder andere Arten von Belästigung erleben. Ja, das zum echten Namen, zur Verwendung des echten Namens in der URL. Dann haben wir noch die Variante 2, ein Markennamen für deine Domain. Da ist Vorteil Nummer 1 die Flexibilität. Bedeutet, ein Markenname bietet dir mehr Flexibilität und Skalierbarkeit. Du kannst deine Marke problemlos erweitern, neue Produkte oder Dienstleistungen hinzufügen und dein Unternehmen eben später, wenn du möchtest, auch verkaufen. Wiedererkennung. Ein gut gewählter Markenname kann sich leicht in den Köpfen der Menschen festsetzen und zur Wiedererkennung deiner Marke beitragen. Suchmaschinenoptimierung, SEO, wenn dein Markenname Schlüsselwörter enthält, da kommen wir gleich noch dazu, die für deine Branche oder dein Produkt relevant sind, unterstützt dies deine SEO-Bemühungen. Aber ein Markenname hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel Rechercheaufwand. Das ist einer der größten Nachteile in meinen Augen. Du musst sicherstellen, dass der Markenname, den du willst, nicht bereits markenrechtlich geschützt ist. Dies kann einen erheblichen Rechercheaufwand erfordern und das habe ich mit Absicht zugeschrieben, weil das stimmt tatsächlich. Und der zweite Nachteil ist, Markenbildung im Gegensatz zu einem echten Namen, der eine sofortige Authentizität vermitteln kann, benötigt Markenname Zeit und Aufwand, um sich aufzubauen und das Vertrauen des Publikums zu gewinnen. Am Ende hängt die Entscheidung natürlich immer davon ab, was du vorhast. Also kurz zusammengefasst, es kommt natürlich darauf an, was du vorhast. Ein Online-Shop mit deinem eigenen Namen macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, wenn du jetzt nicht gerade bei Twitch streamen willst, wie du irgendwelche Sachen bastelst. Wie gesagt, es kommt immer darauf an. Aber der Vorteil von deinem eigenen Namen ist eben, dass man den rechtlich in den allermeisten Fällen sehr bedenkenlos, sage ich jetzt mal, verwenden kann. An der Stelle sei noch erwähnt, ich bin natürlich kein Rechtsanwalt. Das ist ja keine Rechtsberatung, sondern einfach nur meine Erfahrung. Kontaktiere da bei eventuellen rechtlichen Fragen einfach einen Rechtsanwalt. Das Ding bei einem Markennamen ist nämlich, dass man vorab wirklich prüfen sollte, bei Unternehmensregistern etc., ob dieser Markenname schon irgendwo eingetragen worden ist. Also es gibt ja verschiedene Nizza-Klassen, wo man sich eben die Markenrechte an verschiedenen Sachen für verschiedene Klassen sichern kann. Und wenn du jetzt eben einen Markennamen verwenden möchtest, der aber schon verwendet wird, dann kann das zu Herausforderungen führen. Und in den allermeisten Fällen wusste man das beim Start von seinem Business gar nicht, weil die Domain.de war vielleicht noch frei, aber die Domain.com hat man vielleicht gar nicht geprüft und dort gab es vielleicht schon einen Online-Shop oder eine Dienstleistung und da hat vielleicht auch jemand den Namen eingetragen. All diese Sachen sind bei deinem persönlichen Namen, also Vor- und Nachnamen immer ein bisschen einfacher, weil das ist einfach der eigene Name und den kann man immer verwenden. Das soll nicht heißen, dass du keinen Markennamen nehmen sollst. Ich sage nur, wenn du einen Markennamen verwenden möchtest, dann überlege mit Bedacht, dass nicht nur die URL frei ist, sondern dass dieser Markenname eben auch noch wirklich frei verfügbar ist. Wenn du dich dann entschieden hast, ob du deinen echten Namen nehmen möchtest oder einen Markennamen, dann werden wir die Verfügbarkeit überprüfen. Da habe ich ein Tool, wo man eben nachschauen kann, ob da nicht nur die Domain noch frei ist, sondern auch die entsprechenden Social Media Kanäle, die du dann eben verwenden möchtest. Und im nächsten Schritt werden wir hier Webhosting und Domain kaufen und Einstellungen im Dashboard machen und zu guter Letzt auch noch Grundeinstellungen in WordPress, sodass du mit der Erstellung deiner eigenen Website starten kannst. Und damit dieses Video hier nicht allzu lang wird, habe ich hier gerade nochmal die URL reingeschrieben, wo du später diese ganzen Punkte hier nochmal ordentlich aufgelistet und ausformuliert nachlesen kannst. Denn das sind nun meine Notizen hier für das Video. Geh gern, wenn du dieses Video jetzt hier dann eben anschaust, einmal auf die Webseite stefan-wirt.de slash webhosting, da findest du dann eben auch den passenden Blogbeitrag zu diesem Video. Bedeutet, hier auf der linken Seite habe ich die Checkliste in Kurzform und da werden wir uns jetzt einmal entlanghangeln. Also Webhosting und Domain einrichten in fünf einfachen Schritten. Punkt Nummer eins, dein echter Name oder ein Markenname. Ich entscheide mich jetzt hier für stefanswebsitetutorials.com. Wie gesagt, um für dich heraus zu kristallisieren, was besser ist, dein echter Name oder der Markenname, geh gern zu meiner Komplettanleitung dazu auf stefan-wirt.de slash webhosting. Und noch ein Tipp dazu, wenn ich eine neue Domain, eine neue URL registriere, dann gehe ich auch immer zeitgleich in den Google Keyword Planner. Bedeutet, ich kann die neue Website oder den neuen Webshop jetzt irgendwie nennen. Wahrscheinlich sage ich dann, hey, der Name klingt cool, der gefällt mir. Doch überleg dir eine Sache. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie Besucher auf deine Website kommen. Auf der einen Seite organisch bedeutet SEO, du bezahlst kein Geld dafür. Und auf der anderen Seite eben gegen Geld. PPC, Paid Per Click. Natürlich kann man mit Google Ads Besucher auf die Website ziehen. Aber wenn man von Anfang an vielleicht die Website und die verschiedenen Seiten, die Beiträge, die Bilder richtig beschriftet, dann arbeitet auch SEO für dich, sodass Menschen, potenzielle Interessenten, Käufer eben auf deine Website kommen, die sich für das Thema interessieren, worum es eben bei dir geht. Und um davor abzuschauen, nach was die Menschen suchen, wenn sie sich eben für dein Thema interessieren, gehen wir in den Google Keyword Planner. Und dort finden wir Keywords, die Menschen bei Google eben eingeben. Und was wäre, wenn du vielleicht so direkt deine Website benennst oder die Seiten, die Blogbeiträge etc. Genau, wenn du da die richtigen Schritte unternimmst, dann kriegst du kostenlosen Traffic. Also hier bin ich in meinem Google Ads Account, also ads.google.com. Und wenn ich hier auf Tools und Einstellungen klicke, dann habe ich hier auf der linken Seite den Keyword Planner, den ich tatsächlich jeden Tag benutze. Und hier kann ich dann zum einen sagen, neue Keywords entdecken oder Suchvolumen und Prognose anhand von Listen etc. abrufen. Wir machen es jetzt mal ganz einfach und sagen, neue Keywords entdecken. Angenommen, ich bin Fotograf in Berlin, dann könnte ich davon ausgehen, dass potenzielle Kunden vielleicht Foto Berlin eingeben oder Foto, also man kann das immer mit Komma trennen, oder Fotograf Berlin. So, das prüfen wir jetzt einfach mal. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann kann das tatsächlich ganz interessant sein. Bedeutet, ich klicke mal erst hier drauf, durchschnittliche Suchanfragen pro Monat. Und da sehe ich dann, okay, Bilder Berlin suchen jeden Monat 10.000 bis 100.000 Menschen in Berlin. Auch Fotograf Berlin wird oft gesucht, nämlich von 1.000 bis 10.000 Menschen. Und wenn man jetzt mit Ads rangehen würde, sodass man sich den Traffic eben auf die eigene Seite holt, um seine Dienstleistung zu verkaufen, dann sieht man hier, okay, dieses Keyword kostet 1,55 Euro und dieses Keyword 2,28 Euro. Bedeutet, für 100 Klicks würde man hier 228 Euro zahlen. Und da kannst du dir vielleicht überlegen, von 100 Leuten, die auf deine Website kommen, wie viele senden dir dann eine Anfrage und wie viele von denen kommen dann wirklich in Betracht und wo kommt auch wirklich ein Shooting zustande. Im Optimalfall vielleicht 5 Personen, aber du hast dafür dann eben auch 228 Euro bezahlt. Bedeutet, bei Ads, bei PPC, Paid per Klick kann man ganz einfach herausbekommen, ob eine Google Kampagne jetzt eben funktioniert oder nicht. Doch darum soll es heute nicht gehen, sondern was wäre, wenn wir von Anfang an alles richtig machen und Domain-Namen vielleicht dahingehend auch optimieren, dass Menschen sowieso schon danach suchen. Also das wäre auf jeden Fall gut für dein SEO. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Fotograf für Passbilder bin, würde ich vielleicht nicht das Keyword bilderberlin.de oder .com nehmen, sondern eher passbilder-berlin.de. Im nächsten Schritt gilt es natürlich immer noch zu prüfen, dass diese Domain und zugehörige Social Media Kanäle noch frei sind, was bei solchen Top Keywords recht unwahrscheinlich ist. Aber man kann ja hier vielleicht auch dann davor oder danach noch seinen Namen einbauen oder eben kreativ sein, zum Beispiel foto-berlin24.de. Keine Ahnung, ob es das schon gibt. Aber an der Stelle wollte ich nur, dass du meine Gedankengänge verstehst. Also schau in den Google Keyword Planner rein. Ich habe mich jetzt hier schon entschieden für einen Domain-Namen und zwar stefanswebtutorials.com. Super! Erster Schritt abgearbeitet. Im nächsten Schritt prüfe ich jetzt die Verfügbarkeit von der Domain und zugehörigen Social Media Kanäle. Dazu gehe ich einmal auf namecheck.com. Da wird nämlich nicht nur geprüft, ob die URL noch frei ist, sondern es wird auch geprüft, ob zugehörige Social Media Kanäle noch verfügbar sind. Also stefanswebtutorials.com einmal prüfen und da haben wir schon das Ergebnis. Also stefanswebtutorials.com ist noch frei und stefanswebtutorials.de ist auch noch verfügbar. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Webshop oder ein Business mit stefanswebtutorials.com starte und einen Tag später kauft sich vielleicht jemand die .de-Endung und hat den gleichen Grundgedanken, heißt vielleicht auch Stefan, dann kann das natürlich zu Herausforderungen führen, die ich von vornherein komplett vermeiden kann, wenn ich mir einfach die Domains .com und .de sicher. Dann habe ich wirklich alles in meinen Händen oder ich starte vielleicht zuerst in Deutschland mit .de und später, wenn es ein Webshop ist, will ich die ganze Sache vielleicht ausweiten und einen Relaunch machen, dann nehme ich vielleicht die .com-Domain. Also das ist die URL hier oben und wenn ich nach unten scrolle, dann sehe ich noch Social Media, der bedeutet Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, Flickr, Tumblr, was ist da los? Hier steht jetzt überall bereits vergeben. Ob dem so ist, kann ich dann im Detail nochmal prüfen, indem ich hier überall auch auf Ansehen klicke. Doch da die Domain noch frei ist, gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwas eingetragen ist in irgendwelchen Registern und ich brauche die Domain jetzt auch nur für dieses Tutorial hier. Also Punkt Nummer 2 haben wir auch schon erledigt, Verfügbarkeit Domain und Verfügbarkeit auf Social Media geprüft. Sehr schön, haben wir schon fast die Hälfte geschafft. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ja, ich weiß, viele Anleitungen oder Tutorials starten direkt mit meinem persönlichen Punkt Nummer 3. Ich selbst konnte es mir hier einfach nicht verkneifen, dir diese zwei sehr, sehr wichtigen Punkte einmal mitzugeben. Doch jetzt kommen auch wir hier zu Punkt Nummer 3, bedeutet Webhosting und Domain kaufen. Hier habe ich noch mit reingeschrieben, tipp.com und .de. Dazu habe ich schon ein bisschen was erzählt. Wir gehen jetzt gemeinsam auf die Domain stefan-wirt.de slash tools, enter. Da kommen wir nämlich auf genau den Part von meiner Website, wo ich alle Website-Tools vorstelle, die auch ich tagtäglich verwende. Und wenn ich hier mal kurz auf mein Logo klicke, dann siehst du auch noch hier meine alte Startseite, sage ich jetzt mal. Ich bin gerade in einem Relaunch, mal schauen, wann die neue Seite online geht. Hier steht es nochmal drüber, lerne wie du mit WordPress deine Website selbst erstellen kannst. Und hier oben rechts habe ich dann meine Website-Tools. Da kommst du genauso zu dieser Übersicht-Seite. Und wenn wir jetzt ein Stück nach unten scrollen, dann finden wir grün hinterlegt SiteGround. Und bei SiteGround gibt es leistungsstarkes Hosting, was einfach zu bedienen ist. Von der kinderleichten WordPress-Installation, wir machen es gleich gemeinsam, mit nur wenigen Klicks bis hin zum übersichtlichen Website-Management meiner Projekte. Für mich bietet SiteGround alle Vorteile eines modernen Hosting-Anbieters, insbesondere in Bezug auf WordPress-Leistung, Sicherheit und Updates sowie einfache Bedienung. Warum zeige ich dir die Seite logisch? Hier ist ein Button, da steht hier klicken. Da ist natürlich mein Affiliate-Link dahinter. Bedeutet, wenn du hier über meinen Button gehst, kriege ich eine kleine Provision. Du zahlst aber nicht mehr, wenn du dir dein Web-Hosting und deine Domain sicherst. Bedeutet, wenn du über meinen Button gehst, bereits an dieser Stelle ganz großen Dank von meiner Seite. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das meine ich wirklich so. Damit unterstützt du eben dieses Projekt hier. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Dankeschön. Übrigens, der Link zu meinen Website-Tools und eben auch zu SiteGround ist direkt einmal hier unter diesem Video verlinkt. Da gibt es eine Beschreibung. Da einmal draufklicken, da geht meine Beschreibung auf. Vielen herzlichen Dank, wenn du da über meinen Link gehst. Also wir klicken auf den Button und kommen direkt zur richtigen Stelle vom Web-Hosting bei SiteGround. So, und da sind wir schon. Wir scrollen ein kleines Stück nach unten und hier sehen wir schon WordPress-Hosting. Da klicken wir einmal drauf auf Siehe Pläne und da sind wir genau an der richtigen Stelle. Und wie gesagt, das hier soll kein Video zum Vergleich der verschiedenen Hosting-Anbieter sein. Allein darüber könnte ich wahrscheinlich mehrere Stunden sprechen. Wir wollen uns jetzt einfach nur Hosting und eine Domain sichern. Und wenn ich jetzt nur eine Website machen möchte, dann könnte man darüber nachdenken, den Startup-Plan zu wählen. Was mich hier fasziniert bei SiteGround ist, dass hier bereits beim Startup-Plan CDN mit dabei ist. Also Content Delivery Network bedeutet, die Website ist sehr, sehr schnell. Allerdings habe ich dir vorhin gesagt, dass ich dir tatsächlich empfehlen würde, immer .de und .com zu sichern. Bedeutet, hier beim GrowBigPlan hat man direkt Unlimited Websites. Man ist gewappnet für alles, was da kommt. Und auch hier haben wir CDN. Und die ganzen anderen Sachen kannst du dir auch gerne selbst nochmal durchlesen. 20 GB Webspace für rund 100.000 Besucher monatlich. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das erreichen wirst. Aber das soll jetzt hier kein Web-Hosting-Vergleichsvideo werden. Und dann haben wir noch den GoGeek-Plan. Ja, da haben wir dann eben 40 GB Webspace anstatt 20 GB. Aber wenn du jetzt Anfänger bist, du willst deine Website erstellen. Also, ich bin mir sicher, da reichen 10 GB auf jeden Fall aus. Selbst wenn du Fotograf bist und unter 1.000 Bilder hochladen möchtest. Bevor du über diese Schwelle hier drüber kommst, hast du im Regelfall einen Webshop mit unglaublich vielen Bildern und Videos, die du vielleicht direkt auf der Website hostest, etc. Also, da brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Ja, also ich greife zum GrowBig-Plan, weil da habe ich Unlimited Websites. Ich habe CDN, das ist mir ganz wichtig. Ich habe SSL gratis. Also, im Nachgang brauche ich mir das Sicherheitszertifikat für die HTTPS-Verschlüsselung. Nicht noch umständlich kaufen und irgendwie auf eine URL legen, sondern hier alles einmal komplett entspannt. Vielleicht noch interessant, unabhängig von dem, was ich schon angesprochen habe, der Unterschied GrowBig und Startup ist On-Demand-Backup. Also, ich kann immer mit nur einem Klick ganz schnell ein Backup von meiner Website machen, bevor ich irgendwas ändere. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe hier 30% schnelleres, PHP, okay. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich sehr, sehr cool finde. Ein Staging, also eine Testumgebung, wo ich sage, okay, ich kopiere einmal meine Website. Und wenn ich jetzt vielleicht ein Relaunch, ein neues Design plane, dann mache ich das ganz entspannt in meiner Testumgebung. Und es dauert so lange, wie es dauert. Und erst, wenn ich fertig bin, geht das dann live. Also, das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Feature. Und allein deswegen würde ich den GrowBigPlan nehmen, auch wenn hier oben nur eine Website drin wäre. Aber wir haben an Limited Websites. Und nicht nur das, sondern wir haben auch die Domain komplett gratis einmal mit dabei. Das SSL ist auch gratis mit dabei, habe ich auch schon angesprochen. Und wir haben E-Mail auch komplett gratis mit dabei. Zudem, du siehst hier unten, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie bedeutet, wenn du unzufrieden bist, innerhalb von 30 Tagen einfach Geld zurück. Also, absolut kein Risiko. Und wie gesagt, das soll jetzt kein Web-Posting-Vergleich sein. Und ich möchte mich jetzt auch nicht verquatschen, aber eine Sache möchte ich dir gerne noch mitgeben. Und zwar ist es für das Thema Datenschutz, DSGVO immer wichtig. Wo ist der Surfer-Standort? Ist dort was in der EU? Ist dort vielleicht sogar was in Deutschland? Das ist natürlich immer von Vorteil. Und SiteGround hat ja eine Übersicht von den verschiedenen Datenzentren, die auch alle Bestandteile vom Content Delivery Network sind, sodass deine Website eben von verschiedenen Teilen der Erde auch schnell erreichbar ist. Und wenn wir hier mit der Maus drüber scrollen, dann sehen wir Frankfurt am Main in Deutschland. Dort ist nicht nur ein CDN-Standort, sondern wir haben dort dieses Symbol. Dort ist ein Rechenzentrum und auch CDN. Also, Surfer-Standort Deutschland. Wichtiger Punkt für diverse rechtliche Aspekte. Punkt Nummer 3, Web-Posting und Domain kaufen. Genau das machen wir jetzt. Grow big. Ich sage hier einmal Plan bestellen. Bei mir gibt es jetzt hier die kleine Besonderheit, dass ich schon einen SiteGround-Account habe, weswegen die Eingabemaske vielleicht ein kleines bisschen anders aussieht als bei dir. Also, ich muss jetzt hier auch Hosting und URL einzeln kaufen, komme aber auf den gleichen Preis wie du, wenn du noch keinen SiteGround-Account hast. Ich habe mich noch mal kurz ausgeloggt, bedeutet WordPress Hosting, dann nehmen wir hier Grow Big Plan. Bei dir sieht es dann eben genau so aus. Wir gehen hier einmal durch, dann kaufe ich es in meinem Account und dann machen wir bei mir weiter. Eine Domain ist inklusive, die andere .de oder .com können wir dann später immer noch kaufen. Du erinnerst dich daran, was ich dir als Tipp mitgegeben habe. Registrieren Sie eine neue Domain. Hier sage ich jetzt www.stephanswebtutorials, nicht .de, sondern .com und .de kaufe ich mir dann später auch noch. Domain-Registrierung jetzt kostenlos und danach 20 Euro pro Jahr. Okay, ich sage weiter. Dann, wer hätte es gedacht, einmal die persönlichen Daten eingeben, bedeutet E-Mail, Passwort, Passwort wiederholen. Dann haben wir Land, Stadt, Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer, Vorname, Nachname, Unternehmen gegebenenfalls. Und hier unten hast du dann die Möglichkeit, entweder Kreditkarte oder über Paypal. Informationen zum Kauf. Grow Big, 12 Monate, bestes Angebot. Und dann zahle ich tatsächlich für das erste Jahr nur 65 Euro. Danach erhöht sich der Preis natürlich auf 22,99 Euro pro Monat. Aber man muss dazu sagen, du hast Unlimited Websites, du hast Datenbanken, gratis E-Mail dazu, ein CDN-Netzwerk, Verschlüsselungszertifikat ist mit drin. Also SiteGround ist wirklich kein Nischenanbieter, sondern du hast wirklich ein vernünftiges, ordentliches Hosting. Dann hier unten noch ein wichtiger Punkt, können wir auch mal ein bisschen größer machen. Domain Datenschutz, 11,70 Euro für das erste Jahr. Wenn du nicht zugespampt werden möchtest, hier auf jeden Fall das Häkchen rein. Also einen Punkt möchte ich mich jetzt nicht komplett verplappern und da wieder 5 Minuten drüber sprechen. Wenn du nicht zugespampt werden möchtest, dann bei Domain Datenschutz einfach ein Häkchen rein, also dass deine persönlichen Daten, deine E-Mail Adresse, dass das alles einfach geschützt ist. Also Gesamtpreis 77 Euro, da kommen noch Steuern mit dazu und da zahle ich für das komplette Jahr einfach nur 92,32 Euro und habe meine Domain mit drin, ich habe mein Zertifikat mit drin, ich habe eine E-Mail mit drin, ich habe mein Hosting, ich habe alles, was ich brauche. Dann natürlich noch hier die rechtlichen Sachen bestätigen und wenn du in den Newsletter rein möchtest, auch da noch einmal das Kreuzchen setzen und jetzt zahlen. Ich habe mich jetzt nochmal an meinen SiteGround Account eingeloggt und kaufe jetzt erstmal nur das Hosting und danach die URL. Also auch ich sage jetzt hier Grow Big 12 Monate, dann gebe ich jetzt meine Kartennummer ein und kaufe einmal das Hosting. So, Daten eingegeben und ich klicke auf jetzt zahlen. So, er verarbeitet die Zahlung, die Bestellung wird bearbeitet und ich freue mich schon auf mein neues Hosting-Paket. Sie sind fertig, sehr schön, Ihre Bestellung wird erfolgreich bearbeitet und der neue Service Grow Big aktiviert. Du hast bei dir jetzt höchstwahrscheinlich schon auf den Button geklickt, Website einrichten, da werde ich auch gleich sein, aber wie gesagt, ich muss die Domain jetzt noch extra kaufen. StefansWebTutorials.com klicke ich hier einmal auf Suchen und damit ich nicht nur quatsche, sondern auch das mache, was ich erzähle, tue ich jetzt StefansWebTutorials.de auch noch mit hinzufügen, um jeglichen potenziellen Stress für die Zukunft zu vermeiden, denn in meinen Augen sind die Domains.com und .de immer die wichtigsten und wenn du die besitzt für dein Website-Projekt, dann wirst du definitiv auf weniger Herausforderungen stoßen, als wenn dem nicht so wäre. Und glaub mir, spätestens wenn dein Webprojekt erfolgreich wird oder dein Webshop gut läuft, gibt es tatsächlich Menschen da draußen, die dann sowas machen würden, wie die andere Domain kaufen. Doch das wollen wir jetzt nicht ausweiten. Wie gesagt, mein Tipp.com und .de. Aber ist natürlich nur ein gut gemeinter Ratschlag. Und einmal der Klick auf jetzt zahlen. Bearbeitung ihrer Bestellung und sie sind fertig. Sehr schön. Bedeutet, jetzt kann auch ich endlich auf den Button drücken Website einrichten. Also Punkt Nummer 3, Webhosting und Domain kaufen einmal erfolgreich abgeschlossen. Jetzt Punkt Nummer 4, Einstellung im Dashboard bezüglich HTTPS Verschlüsselung und natürlich WordPress in der richtigen Sprache installieren. Also, auch ich klicke jetzt hier Website einrichten. Du erinnerst dich, beim Hosting hatten wir ausgewählt Deutschland und da haben wir jetzt hier schon automatisch, die Website wird im Rechenzentrum erstellt, Frankfurt, Deutschland. Sehr schön. Also, neue Domain einmal wählen und da suche ich jetzt hier einmal nach Stephans Web Tutorials. Mal schauen, was wir da haben. Und ich möchte jetzt natürlich eine bestehende Domain einrichten. Bedeutet, hier sage ich einmal wählen und da wird mir schon alles angezeigt, was ich gekauft habe, nämlich .com und .de. Das sage ich ja StephansWebTutorials.com und einmal fortsetzen. Dann entweder neue Websites starten oder eine Website migrieren. Ich sage jetzt hier, ich möchte eine neue Website starten. Ich möchte keinen Online-Shop bauen und ich möchte auch nicht mit Rebly arbeiten, weil wir später gemeinsam mit Elementor arbeiten werden. Ich möchte mit WordPress arbeiten. Ich sage hier einmal wählen. Und dann sind wir schon an dem Punkt, wo wir unser Login einrichten können. Da kommt also einmal die E-Mail-Adresse rein. In meinem Fall stefan.at.stephan-wirt.de Dann vergebe ich hier noch ein Passwort, klicke auf Fortsetzen und wir sehen uns gleich wieder. Hinweis noch an der Stelle, achte darauf, dass dein Passwort sicher ist. Bedeutet, verwende Buchstaben, verwende Zahlen, verwende Sonderzeichen. Ich habe ein Passwort gewählt und klicke auf Fortsetzen. Hier fragt er mich jetzt nach Domain-Datenschutz. Das haben wir doch eigentlich schon gebucht. Bedeutet, ich mache jetzt das folgende. Ich klicke jetzt nochmal hier auf Start. Dann gehe ich einmal zu meinem Hosting, sage verwalten und jetzt sage ich bei Hosting Plan 2 Website einrichten. Nochmal bestehende Domain. Dann wähle ich hier wieder Punkt.com aus. Einmal fortsetzen. Neue Website starten. WordPress. Dann hier. Dann hier wieder E-Mail-Adresse und Passwort. Einmal fortsetzen. Und lustigerweise wird er jetzt hier Domain-Datenschutz bedeutet, vielleicht hat er diesen Domain-Datenschutz, der in einem Hosting-Paket drin ist, automatisch auf die Domain.de gelegt. Im Bereich Services Domains steht bei StephansWebTutorials.com noch Bestätigung notwendig. Bedeutet, ich habe gerade in meine E-Mails reingeschaut. Da kam eine E-Mail mit der Info. Hey, Stefan, klick bitte auf den Link und bestätige die Domain. Auch das habe ich gerade noch gemacht und jetzt klicke ich hier einmal auf Aktualisieren beziehungsweise hier auf Status Aktualisieren und dann sehen wir schon Erfolg, die Domain wurde verifiziert. Und hier sehen wir jetzt, dass dieses Schutzzertifikat aus unserem Hosting-Paket eben auf StephansWebTutorials angewendet wurde und hier können wir jetzt auch noch sagen Domain-Info schützen bei der Domain.com Hus mit Domain-Datenschutz einmal hinzufügen und auch danach einmal 13,92 Euro pro Jahr hier bestätigen und jetzt zahlen. Bearbeitung ihrer Bestellung und sie sind fertig. Sehr schön. Dann klicke ich nochmal auf meine Domain verwalten beziehungsweise Services Domains und jetzt sehe ich auch hier, okay, sehr schön, beide Domains sind jetzt geschützt, also meine persönlichen Daten. Also, jetzt können wir wirklich StephansWebTutorials.com einmal einrichten. Bedeutet, jetzt klicke ich hier auf Hosting und da habe ich jetzt meinen Hostingplan 2, den wir vorhin gemeinsam gekauft haben und sage ich einmal Website einrichten. So, wir stehen in den Domain und da klicke ich einmal drauf, da habe ich jetzt schon StephansWebTutorials.com einmal fortsetzen, Rechenzentrum Frankfurt, sehr schön und dann möchte ich jetzt eine neue Website starten. Du kannst ja übrigens auch eine Website von einem anderen Anbieter zu SiteGround ganz einfach migrieren. Ich möchte jetzt von vorn starten und zwar mit WordPress, klicke hier einmal auf wählen, dann erstelle ich ein Login, indem ich hier einmal meine E-Mail-Adresse eintrage und ein Passwort und dann klicke ich auf fortsetzen. Sehr schön und jetzt sehen wir auch, jetzt kommt das Angebot mit dem Datenschutzthema nicht mehr, weil wir es gerade nochmal eingerichtet haben und dann klicke ich hier auf fertig. Ihre Website wird erstellt und spätestens jetzt solltest auch du aufgeregt und voller Vorfreude sein, weil du bald mit deinem Webprojekt, mit der Erstellung deiner eigenen, vielleicht ersten Website starten kannst. Ist das nicht ein schöner Moment? Und ich freue mich riesig, denn hier kommt die Meldung, sie sind fertig, ihre Website wurde erstellt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, zum einen kann ich direkt auf mein WordPress-Admin zugreifen oder ich gehe nochmal zu den SiteGround-Site-Tools, das würde ich dir empfehlen als allererstes zu machen und danach erst ins WordPress-Backend. Bedeutet, hier hast du dann, wie ich finde, ein sehr schönes Backend eben von SiteGround, kannst dich gerne einmal durchklicken und dir alles anschauen. Also wir klicken jetzt hier im SiteGround-Dashboard einmal auf Sicherheit und dann auf den SSL-Manager und da haben wir hier schon .com-SSL wählen und siehe da sehr schön Let's Encrypt Wildcard ist bereits aktiviert, bedeutet, wenn wir dann hier auf HTTPS erzwingen, klicken, dann sollte das auch schon funktionieren. Bedeutet, nichts anderes als das HTTPS, dieses Verschlüsselungszertifikat dann hier jetzt eben immer aktiviert ist. Sehr schön. Also und indem wir dies gemacht haben, merke ich anhand von unserer Checkliste, dass wir schon bei Punkt 4 angekommen sind, nämlich Einstellung im Dashboard HTTPS Verschlüsselung. Zack, haben wir hier einmal auf Aktivieren gesetzt und jetzt müssen wir eigentlich nur noch WordPress installieren, bedeutet, da klicken wir einmal hier auf WordPress und da sehen wir stefanswebtutorials.com Installation WordPress, sehr schön, aktuelle Version und dann haben wir hier rechts die Möglichkeit beim Admin Panel anmelden und genau das machen wir jetzt auch. Hier könnten wir uns jetzt einmal durchklicken, brauche ich aber nicht, deswegen sage ich hier Wizard einmal beenden. Also WordPress wurde bereits installiert und das was wir jetzt hier sehen ist das Backend von WordPress. Du kannst dich übrigens immer auch direkt auf deiner WordPress Seite einloggen, indem du auf folgende Domain gehst, nämlich deine Domain, in meinem Fall stefanswebtutorials.com und dann slash wp-admin am besten irgendwie in deinem Browser abspeichern, sodass du dich schnell immer bei deiner Website im Bearbeitungsmodus im Backend eben einloggen kannst, denn es macht natürlich keinen Sinn, dort immer wieder über Siteground, über deinen Hosting-Anbieter zu gehen. Bedeutet, hier kann ich jetzt einfach Enter drücken und dann komme ich auch wieder in mein Backend. Sehr schön, also Punkt 4 abgeschlossen, jetzt kommen wir schon zu Punkt Nummer 5, Grundeinstellung WordPress. Übrigens hier oben sehen wir, okay, Seite ist verschlüsselt, hier ist schon alles sicher. Und wenn du wissen möchtest, wie deine Seite aktuell aussieht, kannst du hier einfach sagen, zur Website, ich sage jetzt mal Link in neuem Tab öffnen und das ist, wo die Magie stattfinden wird. So sieht es aktuell aus. Herzlichen Glückwunsch, wenn du mitgemacht hast. Das ist deine neue Website. Sieht man natürlich noch nicht allzu viel, doch im Regelfall sieht das immer so aus, wenn man eine frische Website, eine frische URL, eine frische WordPress-Installation hat. Also, der letzte Punkt und dann sind wir schon fertig. Grundeinstellung WordPress, so wie ich das immer mache, ganz am Anfang. Und hier ist der Stefan aus der Zukunft. Ich bin gerade in der Bearbeitung von meinem Video und sehe, dass ich hier bei 5. Theme vergessen habe. Bedeutet, das zeigt jetzt auch noch schnell, du wirst wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich es nachträglich aufgenommen habe. Also, hier haben wir den Bereich Design und dort haben wir sogenannte Themes, immer so die Struktur von der Website. Standardmäßig sind immer all die Sachen hier installiert. Ich mache jetzt das folgende, weil wir eben mit Elementor arbeiten werden. Ich sage hinzufügen und dann suche ich hier jetzt einmal nach Hello, drücke Enter und da findet er schon Hello Elementor. Also, das ist ein Theme direkt von Elementor, das ist komplett lightweighted bedeutet. Da ist so gut wie nichts drin, aber die Kompatibilität mit Elementor ist eben extrem hoch. Die Website wird schnell sein und das Theme hat alles, was wir brauchen, um später mit dem Elementor Theme Builder eben zu arbeiten, sodass wir uns die Struktur von unserer Website wirklich selbst genau so bauen können, wie wir die haben möchten. Und zum Elementor Theme Builder findest du auf meinem YouTube Kanal und natürlich auch auf meiner Website schon viele Anleitungsvideos und Blogbeiträge. Also, das ist für mich der way to go. Bedeutet, hier sage ich jetzt einmal installieren. Auch absolut Standard bei mir, wenn ich eine neue Website erstelle, dann sage ich hier einmal aktivieren. Sehr schön, dann ist es schon aktiv. Dann gehe ich noch mal zu Design Themes und bei den anderen klicke ich jetzt einmal drauf und dann sage ich hier unten, ist gerade mein Bild drüber, mache ich einmal weg, löschen, zack, da einmal drücken, okay. Dann haben wir das einmal löschen, okay, zack, und dann dieses auch löschen, okay, sodass wir nur von Elementor das Hello Theme installiert haben. Jetzt können wir uns auch noch mal anschauen, wie die Website jetzt aussieht. Wahrscheinlich ein kleines bisschen anders, eben so. Fakt ist, hier ist noch nicht viel drauf. Jetzt können wir uns auch noch mal ansehen, wie die Website mit diesem Theme aussieht. Natürlich immer noch leer, weil wir eben noch keine Website erstellt haben. Das kommt in weiteren Tutorials. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit den restlichen Schritten zum Thema Webhosting. Zuallererst installiere ich mir Elementor, weil ich möchte hier gerne Wartungsmodus reinmachen. Bedeutet, du hast gerade gesehen, am Anfang sieht das immer so aus und solange wie ich hier an meiner Website oder an meinem Shop arbeite, bis das Ganze fertig ist, möchte ich nicht, dass irgendjemand das hier alles sehen und beurteilt und bewerten kann, sondern die Seite soll doch bitte online gehen, wenn sie fertig ist. Dazu nutze ich auch von Elementor den Wartungsmodus. Dafür gibt es auch andere Wege, das zu machen. Doch wenn du mich bereits eine Zeit lang verfolgst, dann weißt du, dass ich mit Elementor arbeite, der Page Builder, auf den ich setze. Bedeutet, wir gehen einmal gemeinsam auf die Website stefan-wirt.de slash tools enter Übrigens auch alles unterhalb von diesem Video hier in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und wenn wir hier ein Stückchen nach unten scrollen, da habe ich Elementor natürlich auch kurz und knackig mit eigenen Worten beschrieben, denn der Page Builder Elementor ist einer eingeschränkten, kostenlosen Version für Basics vollkommen ausreichend. Doch Achtung, wenn du die Elementor Pro-Version kaufst, verwandelt sich Elementor vom reinen Page Builder zum leistungsstarken Theme Builder. Kann ich dir nur empfehlen, bedeutet, dann kannst du das komplette Layout, alles Erdenkliche bei deiner Website einfach selbst bauen. Wenn ich das jetzt noch alles erläutern würde, würde das Video zu lang werden. Doch, ich möchte dir einfach nur mit auf den Weg geben. Elementor Pro zauerte mir durch die Einfachheit und die Zeitersparen einfach jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und auf meiner Website stefan-wirt.de und natürlich dem zugehörigen YouTube-Kanal hast du unzählige Anleitungen von mir zu Elementor. Dort habe ich jedes einzelne Widget von Elementor komplett erklärt. Ich habe komplett Website-Erstellungstutorials mit WordPress und Elementor. Also wenn jetzt auch du Elementor wählst, dann wirst du auf meinem Kanal schon extrem viel dazu finden. Und natürlich werden auch in Zukunft Elementor-Tutorials auf meinem YouTube-Kanal folgen. Bedeutet, warum zeige ich es dir logisch? Auch hier, wenn du über meinen Button gehst, kriege ich eine kleine Affiliate-Provision. Du zahlst nicht mehr, aber solltest du das machen. An dieser Stelle ganz großen Dank von mir. Also wie bereits gesagt, ich arbeite natürlich mit Elementor Pro, habe dort einen Account, dass ich das eben auf ganz, ganz vielen Websites, ich glaube tausend, verwenden kann. Und hier oben rechts in meinem Tab siehst du das Elementor, habe ich mich gerade eingeloggt und mir einmal mein Elementor-Plugin runtergeladen. Ganz oben rechts, nachdem du dir einen Account gemacht hast, ist dort dieser Download-Button eben von Elementor Pro. Dann gehen wir wieder in unser WordPress-Backend, alles diesem Punkt hier natürlich zugehörig und dann sage ich jetzt hier einmal Plugins, einmal installieren und dann suche ich jetzt zuallererst nach Elementor, einmal Enter drücken und dann sehe ich hier Elementor Webseiten, Baukasten sehr schön, sehr schön einmal installieren. Das ist die Gratis-Version von Elementor, also man hat immer zwei Plugins von Elementor, da nicht nur installieren, sondern auch aktivieren. Sehr schön, dann im nächsten Schritt klicke ich noch mal auf Plugins neue hinzufügen. Hier sage ich jetzt einmal Skip, beziehungsweise drücke das komplett weg. Ich gehe wieder zu Plugins, dann sage ich installieren und jetzt möchte ich Plugins hochladen, klicke hier einmal drauf, dann sage ich jetzt Datei auswählen und ich wähle die ZIP-Datei aus von Elementor Pro, die ich mir gerade in meinem Elementor-Account runtergeladen habe. Einmal öffnen, jetzt installieren, sehr schön Plugin aktivieren. Und jetzt sehe ich hier, ich habe die Gratis-Version von Elementor installiert und Elementor Pro. Jetzt muss ich bei Elementor Pro nur noch sagen Connect und Activate, einmal draufklicken und hier sehe ich jetzt schon, dass er automatisch die Verbindung zu meinem Elementor-Account gefunden hat, weil ich das hier oben in einem Extra-Tab geöffnet habe. Halt mein Dashboard von Elementor Pro, ganz einfach und dann sage ich Activate my License. Sehr schön, Elementor ist aktiv, mein Page Builder, bedeutet, ich kann jetzt auch eine Website erstellen, ohne Ahnung von Code zu haben. Plug and Play, wie cool ist das denn? Und da sind wir schon fast fertig. Jetzt gehen wir noch ein paar Einstellungen durch und dann haben wir es schon geschafft. Zuallererst klicke ich im Regelfall hier nochmal auf Beiträge, da sind so Testbeiträge drin, hier jetzt nicht, die wurden wahrscheinlich von SiteGround schon in den Papierkorb geschoben. Sehr schön, gut gemacht, sage ich nochmal endgültig löschen. Dann gehe ich jetzt hier in den Bereich Einstellungen und dann habe ich hier Lesen und dann sage ich am Anfang immer Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir machen dann zwar noch einen Wartungsmodus rein, aber ist vielleicht auch nicht immer drin oder man vergisst es mal. Fakt ist nur, solange wie ich die Website oder den Webshop eben aufbaue, möchte ich nicht, dass Google hier über die Seite drüber geht und feststellt, oh, das ist komisch, noch nicht fertig oder der Site-Index ist nicht vollständig. Bedeutet, ich möchte erst mal eine Website bauen und danach möchte ich das Google drüber geht und die ganze Sache indexiert, weil erst dann ist er auch gut und SEO optimiert. Und warum erzähle ich dir das so ausführlich ganz einfach, weil das sollte bei dir hängen bleiben, dass du eben weißt, wenn die Website fertig ist, musst du diesen Haken hier auf jeden Fall wieder rausnehmen. Vergesst das bitte nicht, dort am Ende, wenn die Website fertig ist, online ist und live gehen soll, dort den Haken wieder rauszunehmen, denn erst dann wirst du organische Reichweite bekommen. Aber bis dahin, während des Website aufbaus, mache ich den Haken immer rein. Mach dir am besten eine Notiz dazu, vielleicht in deinem Handy in einer Woche oder so, wenn die Website fertig ist, sodass du dann prüfen kannst, ob der Haken auch wirklich draußen ist. Und auch wenn du jetzt vielleicht ein bisschen lachen musst, mach es wirklich. Das sind alles Erfahrungswerte. So, also Haken ist zu Beginn drin. Ich sage Änderungen speichern, das ist quasi dieser Punkt hier. Dann gehen wir noch in die Einstellung zu den Permalinks. Und zwar finden wir das hier ein kleines Stückchen tiefer. Klicken wir da nochmal drauf. Und da, ich lobe mir Sideground, hat auch schon die richtigen Einstellungen getroffen. Also sehr schön. Bedeutet, ich habe ja auch schon Tutorials gemacht dazu, wie du dir WordPress wirklich selbst installierst. Also da habe ich hier zum Beispiel ein Tutorial Ionus WordPress installieren in sieben einfachen Schritten. Mittlerweile auch schon 20.000 Aufrufe fast. Und da spreche ich eben 20 Minuten drüber, wie du dir bei Ionus WordPress selbst installierst. Und da musst du gewisse Sachen dann noch selbst machen, wo ich jetzt hier feststelle, okay, Sideground macht das standardmäßig. Auch wenn ich es immer nochmal prüfen würde. Also standardmäßig ist das Kreuzchen hier oder hier. Und da sollte man immer einstellen, Beitragsname. Sehr schön Sideground. Können wir da also auch einen Haken dran setzen. So und dann abschließend wollen wir die Website natürlich noch in den Wortungsmodus versetzen, sodass andere, während wir die Website oder den Onlineshop eben aufbauen, nicht auf die Website zugreifen können. Und dazu brauchen wir zum Glück kein separates Plugin, denn wir haben glücklicherweise schon Elementor installiert. Bedeutet hier bei Elementor können wir einmal so drüber swipen und im Bereich der Werkzeuge haben wir dann den Wartungsmodus. Da müssen wir ein Template erstellen, sodass wir das Ganze machen können. Das nenne ich jetzt hier mal Wartungsmodus. Template Stefan. Sehr schön. Einmal mit Elementor bearbeiten. Und du kannst hier natürlich was schönes Design, wo du sagst, hey, diese Website geht bald online und dort noch irgendwie ein Bild von dem Wald dahinter machen. Ich mache das immer ganz einfach bei neuen Projekten und zwar die komplette Seite. Einmal komplett weiß, sodass man gar nichts sieht. Das ist mir immer am liebsten und dann geht es eben online, wenn es online geht. So, dann sind wir auch schon drin im Bearbeitungsmodus. Hier wird nochmal auf AI hingewiesen. Ich liebe AI bei Elementor, aber das ist ein anderes Thema. Habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Das machen wir jetzt hier erstmal zu. Und hier machen wir jetzt das folgende. Wir wollen einfach nur eine komplett weiße Seite bauen. Bedeutet, wir gehen hier einmal auf die Einstellungen und sagen wir Titel ausblenden und beim Seitenlayout sagen wir Elementor kann was und haben wir einmal komplett weiß. Und damit du den Unterschied vorher nachher siehst, zeige ich dir gleich, wie das vorher und nachher aussieht. Also einmal gespeichert. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Werkzeugen. Wir klicken einmal auf aktualisieren, denn dann können wir jetzt ein Template auswählen. Wartungsmodus und wenn man nur kurzzeitige Änderungen macht, macht man im Regelfall Wartung rein. Das gibt einen sogenannten 503 Code zurück. Und wenn wir aber sagen, wir wollen das ganze Ding erstmal aufbauen, dann machen wir einen 200 Code rein. Bedeutet demnächst verfügbar. Und jetzt mache ich mal einen Inkognito Tab auf, sodass wir uns anschauen können, wie die Website aktuell aussieht, wenn wir hier drauf gehen. Und da sehen wir, okay, da könnte noch jemand mitlesen, weil der Wartungsmodus ist natürlich noch nicht drin. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich mache den Wartungsmodus rein und wer hat Zugriff angemeldet, ich bin immer angemeldet, wenn ich das hier oben eben so sehe, ich sage Änderungen speichern, dann sehen wir hier oben auch schon die rote Meldung. Okay, sehr schön, Wartungsmodus ist aktiv. Und wenn ich jetzt hier in meinem Inkognito Tab, wo ich eben nicht bei WordPress eingeloggt bin, einmal aktualisiere, dann sehe ich, ich sehe nichts, sehr schön. Andere haben erstmal keinen Zugriff, ich kann in aller Ruhe meine Website aufbauen. Allerdings, wenn ich wie hier eingeloggt bin, kann ich natürlich immer noch selber schauen, was mache ich da eigentlich gerade, wie sieht das aus? Also, ich bin eingeloggt, ich sehe meine Website, aber andere eben nicht, sondern nur du und vielleicht dein Team. Und das war auch schon der letzte Punkt gewesen, im Bereich Werkzeuge Wartungsmodus demnächst verfügbar. Also Domain, Webhosting, WordPress, check, jetzt kannst du deine Website erstellen. Ich hoffe, dieser kleine, einfache fünf Schritte Fahrplan für Webhosting und Domain hat dir nicht nur gefallen, sondern auch geholfen beim Einrichten von deinem vielleicht ersten Webprojekt. Wenn dem so gewesen ist, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei diesem Video hier einmal auf gefällt mir drückst, lass gerne kurz einen Kommentar da. Und noch wichtiger, abonniere diesen Kanal, sodass wir zwei uns dann in einem meiner kommenden Videos rund um die Website-Erstellung mit WordPress und Elementor wiedersehen. Ich mache Tutorials, Tipps und Tricks zu einzelnen Themen, aber ich mache auch viele Praxisanleitungen, so Komplettanleitungen rund um die Website-Erstellung eben mit WordPress und Elementor. In diesem Sinne auf jeden Fall einmal auf abonnieren klicken, auf gefällt mir klicken und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Danke, dass du hier dabei gewesen bist. Ganz viel Erfolg bei deinem Webprojekt und bis später, dein Stefan. Ciao, ciao.